Ein paar Sohnbeschützer halten das Schützern nicht auf, verbinden die Reion Malmas und zerstören den Schleimschleier. Die finale Form hängt davon ab. Jawohl, mein Zeuge. Das war vertraut. Vertraut. Schon wieder dieses ungute Gefühl. Als sollte ich nicht hier sein. Wir schaffen das schon. Lass uns Osiris und Nimbus davon erzählen.